Und die Sache ist die, dass ich jetzt einmal hier die berücksichtigen Fragen werde, ich ein kurzes Interview machen werde, wie jetzt wieder ihr fernst, was wir Highlights haben, wie wir Ihnen überhaupt geben, das kommt ins Fernsehen, dann haben Sie... Würden wir euch für ein Interview zur Verfügung stellen? Also du meinst, wenn wir einen von langer Hand eingefälten, dann kommt noch ein bisschen vor. Ich glaube, Sie haben hier schon Fragen, wie Sie einsehen. Ach, das sehen Sie auch so. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017